so hallo und herzlich willkommen ja wieder mal auf dem schönen kanal star child wir sind ja aktuell hier auf der reise zur selbstliebe ja und dass der kanal so von auch von null auf ja jetzt schon 600 abonnenten und ja vollmond im widder hat ja auch schon 1500 aufrufe für diesen kleinen kanal ist toll habe ich noch meinen kanal angel readings der ist ja schon echt groß geworden und die starzeit das ist so jetzt ja mein kleines baby na das wollen wir jetzt mal bisschen wachsen lassen und daher freue ich mich immer wieder wenn leute hierher finden dazu kommen denn hier auf diesem kanal jetzt ja absolut und ausschließlich um psychologische hintergründe fakten erkenntnisse es geht um selbstliebe es geht um selbstwert es geht um selbstbewusstsein und aktuell haben wir hier das thema der denker der egon so haben wir ihn ja genannt was der da oben alles so veranstaltet ist unfassbar und wenn man sich nicht irgendwann im leben als selbst die augen öffnet ja und mal schaut was ist denn da eigentlich ständig in meinem kopf los hier dieser kleine dieser kleine wicht ja der mein ganzes leben lang denkt er könnte alles bestimmen der kann mir probleme machen der kann mir sorgen machen der kann mir bedenken machen da wollen wir jetzt reinschauen das letzte video war ja auch schon sehr sehr gut da haben wir mal rein geschaut erst mal was ist denn das was ist denn eigentlich der denker da haben wir festgestellt das ego das da im kopf sitzt genau hinter dieser stirnplatte ist nicht das was du bist das ist nur was du denkst dass du bist und du denkst was du bist aufgrund erfahrungen erlebnisse erkenntnisse ja was du in deinem jungen leben so zwischen drei und sieben jahren aufgeschnappt hast gesehen hast assoziiert hast dass das so sein soll das sind eindrücke und erlebnisse aus deiner frühen entwicklungsphase dass dir deinen denker da oben geformt hat deine meinungen deine ideen deine wünsche deine sorgen deine ängste deine dein verhalten ja deine meinung das alles ist der denker aber das bisschen nicht du das ist ja nur hier ein ganz kleines stückchen hören was die ganze zeit am überlegen ist ich bedürftig macht haben dir den eindruck macht ja ich kann im draußen irgendwo was finden was mich glücklich macht ja ich brauche jetzt diesen menschen dann bin ich glücklich ich brauche jetzt dieses paar schuhe dann bin ich glücklich ich brauche jetzt liebe von dieser person dann bin ich glücklich aber du bist immer nur kurz glücklich denn dann hat dein kleiner denker hier oben ein ziel erreicht ja ist ja ganz toll was könnte ich denn jetzt denken ja und das wollen wir uns anschauen dass wir viel mehr bei uns im sein sind hier denn das bist du es gibt das ego und es gibt das sein der und das bist du und wir wollen heute ein bisschen weitermachen ja ich werde dir heute mal kleinen schönen text wieder vorlesen heißt der weg ins glück geht es natürlich auch wieder um den egon und nachher ja da machen wir noch eine kleine legung und schauen mal was ist denn jetzt die woche gut was ist unser nächster schritt wie können wir weiter und uns arbeiten ja und wo wo wollen wir hin wir wollen in einen zustand kommen wo wir sagen ich liebe mich über alles ich brauche nichts und ich brauche auch niemanden im draußen um glücklich zu sein ja ich brauche nicht dies ich brauche nicht den ich brauche nicht dass damit es mir gut geht es geht mir gut weil ich mit mir absolut im reinen bin und weil ich es geschafft habe dass der denker der egon nur noch über dinge nachdenken darf die unmittelbar lösbar sind der egon der kann nämlich überhaupt nicht unterscheiden zwischen kann ich dieses problem lösen und ist das ein unlösbares problem weil ich es einfach nicht ändern kann das kann denn das versteht er nicht zum beispiel so schlau ist er dann auch wieder nicht und er macht sich auch gerne gedanken über sachen die überhaupt nicht lösbar sind ja da dreht er hier im roten bereich und denkt und tut und macht aber im endeffekt sind es dinge die können wir gar nicht lösen da haben wir gar keinen einfluss drauf und dahin zu kommen dass wir den hier erst mal trainieren und sagen egon du darfst jetzt nur noch über dinge nachdenken die du unmittelbar lösen kannst ich gehe einkaufen ich gehe tanken ich gehe shoppen ich fahre in urlaub das ist völlig in ordnung aber nicht über dinge wo man gar keinen einfluss drauf hat und ich werde euch natürlich jetzt mal ja ich blende mich glaube ich einfach mal wieder aus und wir wollen uns jetzt mal diesen schönen text hier auch noch mal anhören worum es denn heute so ein bisschen geht da würde ich dich bitten ja mach einfach die augen zu entspann dich so ein bisschen und ja wir werden jetzt mal schauen denn der weg ins glück weder dein verstand noch dein ego haben irgend eine ahnung davon was dich in der tiefe wirklich glücklich machen würde das liegt daran das wahres glück aus dem herzen aus deinem herzen entspringt und nicht aus deinem verstand ein ego weiß dass du nach glück suchst damit du nicht in deinem herzen danach suchst hält es dir leckere würstchen in form von ideen zielen zuständen oder dingen vor die nase und verspricht dir dass sie dich nach deren erreichen oder kauf glücklich machen werden und so rennst du und strampelst dich ab und wenn du das würstchen dann tatsächlich eines tages ergattert stellst du nach kurzer zeit enttäuscht fest dass es dich gar nicht länger als ein paar momente glücklich macht aber dein ego schläft nicht er schläft nie und hat dann sofort eine neue idee ein neues ziel parat mit dessen erreichen du diesmal wirklich 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 glücklich wird aber das ist nicht der fall schau mal auf dein leben zurück wie häufig bist du schon dingen zielen und visionen hinterher gerannt und hast hinterher festgestellt dass sie dir nicht die erfüllung bringen die du dir davon erhofft hat ist ich wette diese erfahrung hast du in deinem leben schon viele viele male gemacht sie hätte dir schon längst klar machen können dass dein ego ihr den weg ins glück nicht zeigen kann du hast immer wieder aufs falsche pferd gesetzt auf eines dass den weg zum glück gar nicht kennt und so ist es auch vielleicht habt ihr euch da so ein bisschen wiedergefunden ja man möchte ja immer irgendwas haben ich habe das jetzt jüngst bei mir auch festgestellt habe ich mir die insta 360 360 grad kamera mit unsichtbaren selfie stick geleistet da habe ich mich gefreut habe mir gedacht ja das brauche ich unbedingt das ding ist ja mega das muss ich haben habe 500 euro ausgegeben habe zweimal damit gefilmt und habe dann ein paar tage lang festgestellt dass das ding ja einfach nur auf dem tisch rumliegt und ich auch gar keine idee hatte was ich jetzt eigentlich alles tolles filmen könnte gerade um meinen egon zu befriedigen ja das ist so mein jüngstes beispiel da hatte ich dann die kamera in der hand dachte mir cool und zwei tage später habe ich mir gedacht jetzt musstest aber mal wieder was filmen weil gekauft hast ja auch aber was denn und wie denn und habe ich meinen egon tatsächlich befriedigt und habe für mich selber auch festgestellt ich wollte das ding unbedingt haben und dann liegt es nur rum ist der egon befriedigt und denkt schon wieder an ganz andere sachen jetzt will ich aber das ok und jetzt will ich aber das und da sollten wir uns alles so ein bisschen wiederfinden und verstehen dass das ego uns kein glück verschaffen kann es geht nicht nur kurz mal und dann geht es schon wieder weiter im hamsterrad ja und das ist das was wir heute verstehen müssen und verstehen sollten dass wir nicht allem nachgehen was hier ständig wieder entsteht und was hier schon wieder aus dem nächsten ei entspringt was für eine tolle idee was ich jetzt unbedingt will oder wo ich hin muss damit ich zufrieden bin ja ich sag's euch wo wir hin müssen hierhin da gehen wir hin wir machen das nächste mal ja weiter und dann zeige ich euch auch mal die sieben tricks die sieben tricks die dein egon bis zur perfektion drauf hat ja um dir ständig einzureden was du jetzt wollen sollst na das wird auch sehr spannend machen wir aber nächstes mal und jetzt wollen natürlich noch ja in eine kleine legung reinschauen wir wollen mal gucken was können wir jetzt die tage auch für uns tun was ist gut für uns hier auch mal immer jetzt unter der woche hergehen und sagen du egon du stehst nicht ganz oben nur weil du hier oben eingebaut ist da oben kommt noch was viel mächtiger ist die seele und die seele ist immer der boss die seele ist immer der chef die weiß ganz genau wo es lang ist geht und stell die seele ruhig mal über dich und beobachte mal immer so ein bisschen dein ego was ist dann denn die ganze woche so anstellt und denken möchte ist manchmal ganz lustig ich beobachte mich selbst auch ja oft mal denken mir mein gott was geht denn da vor sich ja zum glück höre ich da nicht mehr so drauf wie früher wir schauen und wollen mal gucken was kann man denn die psychische schluck auf die nächste woche so tun ja da ist noch der mann in ketten das gefällt mir ganz gut das bild haben das heißt dass in der vorstellung deinem ego ganz viele probleme ständig aufploppen in wirklichkeit ist das gar nicht so ganz ganz viel wird eigentlich ja gar nicht eintreten das wird gar nicht real werden das ist nur das was du hier oben von der leine gelassen hast ja und jetzt habe ich da schon hin dekoriert gemischt und wir wollen jetzt einfach mal ein bisschen energien anschauen für die nächste woche was kann man da so tun worum geht und er schauen mal in die karten rein wir wollen dass wir auf jeden fall noch ein schrittchen mehr ein stückchen weiter zu unserem selbst finden in der nächsten woche du wirst irgendwann im laufe dieser reihe merken dass es die überhaupt gar nicht mehr so wichtig ist was draußen passiert dass es dir gar nicht mehr so wichtig ist ob der oder die oder das jetzt da ist oder nicht verspreche ich dir aber wir schauen jetzt mal die erste karte an die da gefallen ist da bin ich auch ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken da ist der tod gefallen aber auch im tarot ist die karte der tod natürlich nicht zwangsläufig dass hier jemand stirbt wir sollen hier wirklich auch nur darauf schauen dieser karte der tod dass hier etwas zu ende gehen darf und wir sind ja jetzt auch gerade irgendwie in einem prozess drin in einer wandlung in einer transformation wo man sagt es ist jetzt an der zeit weiter zu gehen es ist jetzt an der zeit zu verstehen dass man da wo man gefangen ist schon sein ganzes leben eigentlich auch mal raus darf ja und viel mehr vom leben und vom sein verstehen darf und daher ist der tod natürlich jetzt auch so eine karte wo man sagt es darf jetzt etwas altes zu ende gehen und ein neuer ein neuer weg darf beginnen das verstehen dass man hier auch mal auf sich selbst auf sein sein hören darf in sich reingehen darf und da sein glück kreieren kann ja deswegen ist der tod hier eigentlich eine ganz gute karte die da gefallen ist und dazu habe ich auch den schlüssel und die wege bekommen das heißt also der schlüssel zum glück den findest du ja nirgendwo ja du wirst in deinem ganzen leben nirgendwo im draußen bei irgendwem oder bei irgendetwas dein vollkommenes glück finden befriedigung ja meine kamera die hat mich befriedigt war ich super happy aber es hat mich nicht glücklich gemacht vielleicht mal kurz aber dann geht es ja schon wieder weiter und der schlüssel dazu ist natürlich hier auch der weg hier sind die wege gefallen das ist ja auch wie buddha sagt der weg ist das ziel ein prozess du gehst jetzt diesen weg es gibt keine wunderpille die du schluckst und sagst ich bin erleuchtet sondern das dauert um diesen weg den du gehst machst du ja jetzt schon ein zwei drei wochen mit mir hoffentlich also sagst ich gehe diesen weg jetzt immer weiter und ich werde immer mehr und mehr mehr verstehen dass alles glück dieser welt genau hier drin ist ich brauche es nicht suchen es ist schon da ja und das zu verstehen sind eigentlich jetzt hier zwei schöne karten gefallen so was sie man da noch genau das sind jetzt auch die drei stäbe gefallen und da bei der karte habe ich gleich an uns gedacht weil hier sieht man ja da dreht irgendjemand etwas den rücken zu ja und wir können auch ruhig mal sagen ich drehe jetzt meinem egon mal den rücken zu ich schenke dem gar nicht mehr so viel aufmerksamkeit wenn es um dinge geht die ich überhaupt nicht lösen kann ja warum ist der mensch nicht bei mir warum hat der mich verlassen warum behandelt der mich schlecht alles dinge die kann ich jetzt gerade überhaupt nicht ändern und da dem egon mal den rücken zuzukehren und zu sagen ja jetzt halt mal die klappe ich weiß was du denkst ich weiß dass du zu viel denkst ich weiß dass du gerade dir gedanken über dinge machst die ich sowieso nicht ändern kann verstehe ich aber bitte sei mal leise ja du darfst denken wenn es um dinge geht die ich lösen kann aber ansonsten hast du sende pause und wir drehen den egon jetzt auch in dieser woche mehr und mehr den rücken zu wenn ich merke okay der grübel doch schon wieder irgendwie und sage auch vielleicht mal ganz bewusst für mich stopp ja ein ganz bestimmtes stopp ja und das immer wieder wiederholen immer weitermachen immer aufpassen was geht hier vor der spiegel ist da gefallen und der mond ja schau deine gedanken an ganz ganz wichtig schau auf deine gedanken schau was da oben drin los ist schau ist das wichtig oder ist das nicht wichtig schau mache ich mir vielleicht sorgen über etwas was vielleicht überhaupt nicht passiert ja oder grübel ich über was was ich nicht ändern kann hier das ist eine ganz tolle reihe finde ich die hier geworden ist du drehst hier quasi der deinen gedanken schon den rücken zu aber schaust trotzdem ist da etwas wo ich weiß da da geht sowieso nichts voran ja oder sind das gedanken wo ich haben darf lösbare sachen ja wenn sie nicht lösbar sind dann drehen wir uns um und wir schauen ja hier auch schon mit unseren drei stäben ja bereit etwas neues anzugehen wohin aufzubrechen in eine neue zeit in unserem leben weil das ist auch sehr wichtig wenn man in der in der asiatischen welt zum beispiel sind die leute ganz viel im sein ja das sind ganz viel in sich die meditieren die reflektieren in der westlichen welt europäische welt nordamerikanische welt alles im kopf komplett alles nur noch im kopf unterwegs und da wollen wir ja weg na so was haben wir noch wir schauen ja genau da waren die zehn münzen sondern bei den zehn münzen da geht es ja schon darum man sieht ja die stehen da die haben eigentlich alles was sie brauchen nur sind zufrieden bei den zehn münzen ja da geht es natürlich um um erfüllung und zufrieden sein aber wir haben wir jetzt gelernt erfüllung und zufriedenheit findest du nirgends im draußen kann ich dir versprechen und das zu begreifen dass die erfüllung und die zufriedenheit in dir ist die du in dir selbst kreieren kannst das sind wir ja jetzt eigentlich auch schon auf einem sehr guten weg immer wieder reinzuschauen und zu sagen hey ich bin doch eigentlich zufrieden es passt alles ist gut bei mir wie es ist es läuft und die beiden karten was war das gerade noch mal genau das geschenk und die fische die fische nehme ich jetzt hier absolut als die karte war wo man sagt alles ist im fluss ja in dir soll alles im fluss sein du sollst es auch als geschenk betrachten dankbar sein dass du jetzt gerade auf dem weg bist dein selbst sein sein zu erkennen kennenzulernen verstehen zu lernen und auch verstehen dass das viel viel mehr und wie viel mächtiger ist als dieser kleine egon der da oben drin sitzt also betrachte dass diese diese fülle diese zufriedenheit als ein geschenk dass du in dir trägst und das für dich immer alles im fluss ist und dass du überhaupt niemals irgendwo glück und zufriedenheit bei irgendjemandem suchen musst das kannst du dir schenken kannst du dir sparen ja also das ist auch eine tolle karte wo man sagt jetzt die transformation geht ja los da sind wir ja mittendrin jetzt aktuell wichtig immer auf die gedanken gucken beobachtet ein egon von oben und schau da mal rein von außen ja was macht der grad was tut er gerade sage auch mal stopp jetzt ist schluss na du ich ziehe jetzt die leine fester ja du nervst gerade und auch hier solchen grübelein sorgen ängsten oder das suchen nach glück im draußen den rücken kehren einfach umdrehen in dich schauen und die fülle und die zufriedenheit sehen das ist ja auch das geschenk eigentlich und die dinge sollen auch hier im fluss sein dass immer wieder schaust immer wieder guckst was macht egon muss ich den jetzt mal an die leine nehmen oder geht's grad na was wir hier auch noch mal haben das sind die kech karten die zehn keche ja die zehn keche da geht es ja auch um liebe und gefühle und die zehn keche das sind ja die meisten keche im deck ja also das die vollkommenheit die vollkommene liebe ein im endeffekt wenn man so möchte dass man sagt da geht gar nicht mehr und da brauche ich eigentlich jetzt auch gar nicht mehr viel dazu sagen denn wenn du für dich absolut im reinen bist wenn du sagst ich bin so bei mir dass ich von nichts und niemand mein glück oder mein verlangen oder sonst was abhängig mache dann bin ich im perfekten glück angekommen du wirst sonst nirgendwo deine erfüllung dein glück sehen ja hier ist die geldkarte gefallen das ist jetzt natürlich nicht geld weil das ist auch wieder was im draußen ist sondern das ist auch so die karte für fülle für viel ja also die zehn keche mit der karte der fülle und dann sind hier noch die die engelsflügel gefallen die geistige welt das heißt es ist hier wirklich für diese woche ganz ganz toll die energie jetzt gerade in unserem prozess zur verfügung stehen zu sagen ich habe jetzt verstanden dass ich weitergehen muss in meiner entwicklung ja das ist der erfolg diese entscheidung diesen weg zu gehen hier auch mal komischen gedanken oder dem egon auch mal den rücken zuzudehnen und zu sagen ja red nur ich habe schon verstanden dass du ununterbrochen denken möchtest aber ich gehe nicht darauf ein ich verstehe dass du gerade grübelst oder die gedanken macht über dinge die kein mensch ändern kann ich lasse ich bleiben gehe auf die stille treppe oder halt die klappe na ich gehe mein weg jetzt weiter da kommt dann die fülle in dir wenn du das immer wieder praktiziert und sagt ich habe alles was ich brauche ich bin mit mir zufrieden ich brauche niemanden in meinem leben um glücklich zu sein ich bin selbst das größte geschenk bei mir sind die dinge im fluss ja und dann ja die zehn kelle nehme ich natürlich jetzt für deine selbstliebe war die erfüllung das ist das wo wir hin wollen die das größte glück die höchste liebe da die größte fülle und hier die geistige welt ja quasi noch ja als als zusatz oben drauf die schon auch merkt wenn du jetzt sagst ich gehe jetzt meinen neuen weg mit meinem sein ja dann ist auch die geistige welt am start ja du wirst sehen du bekommst viele zeichen du bekommst vielleicht neue menschen in dein leben es werden vielleicht menschen aus deinem leben gehen die haben aber dann auch nie zu dir gehört und es werden neue menschen in dein leben kommen also diese transformation die wir jetzt gemeinsam machen ist wirklich sehr sehr schön ich freue mich wirklich sehr dass du dabei bist dass du mit am start bist ja und wir wollen natürlich nächste woche weitermachen wir sind noch beim thema ego machen wir auch weiter da verrate ich euch mal wie ihr den auch mal auf frischer tat ertappen könnt das auch ein wichtiges werkzeug schauen wir uns nächsten montag an und würde ich sagen meine lieben bleibt gesund seid lieb zu einander und zu euch selbst und wir sehen uns dann nächsten montag wieder hier auf dem schönen star child kanal also ciao ciao